Jo, moin Leute, mein Name ist Dominik von heidekke.tv und heute ist mal wieder Zeit für eine neue Herd-Transformation und vor allem für eine neue Innovation. Ja, wir sind ja bekannt dafür, dass wir manchmal auch Sachen machen, die noch nicht so oft verfilmt wurden. Und heute ist auch mal wieder so ein Zeitpunkt dafür. Moin Timo. Moin. Grüß dich. Freut mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ja, Timo hat heute einfach mal das Glück, dass wir seine Geheimheitssäcken einfach mal wieder voll bestücken wollen. Und wenn du dich einmal drehst, hat er auch ein, vielleicht seht ihr das, ein haariges Problem am Hinterkopf. Der gesagte Hubschrauber-Landeplatz nennt man ihn, glaube ich. Genau, aber das Schöne ist, wir wollen das Ganze nicht mit einem System praktisch transformieren, sondern mit zwei. Das heißt, wir machen einmal das Hey Frontal, also das Frontsystem und unser neues Produkt, das Hey Top für den Wirbelbereich. Und wie gesagt, das Schöne ist, das hatten wir noch nie. Ich bin ganz gespannt. Das heißt, wir kombinieren zwei Systeme und im mittleren Bereich, wo Timo noch eine gute Stärke mitbringt, die lassen wir bestehen. Ich bin gespannt, wie das Ganze später aussehen wird. Und ja, wir wünsche euch ganz viel Spaß und dir freut mich auch. Danke, ich bin auch gespannt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020